Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Nächste Haltestelle, die Rollstein-Syldrin. Ja, kann ich dir was von Gerolstein Busbahnhof A2 zum Gasthaus geben? Dann hast du drüben. Gerne. Hallo. Alles ja, Johannes, komm rein. Guten Abend. Stimmt. Welte ich? Welte ich? Was ist das? Ist mir egal. Ja, ich guck mal, was du denn so... Welte ich einfach beim... ...küß für die Schulen zum Hagener Weg. Ja, nehme ich und auf dem Umlauf würde ich sogar bleiben. Komm in die Leitsteller rein, hier, und dann melde ich einfach beim Justin, ne? Dürfte ich mir im Bus mieten? Aber natürlich. Welche Halle darf der denn? Ist egal. Weil ich hab mich auf Discord grad gemutet, weil... ...unds hör ich ihn doppelt. Nächste Haltestelle, die Rolstein, Brandenbüro der Straße. Da konnte ich stehen bestimmt irgendwo, oder? Äh oja, die platziere ich den gleich so mache. Alles klar. Dann ist mir schön und gute Pfad, ne? Jo, sollte was sein, dann militär ich mich. Auf jeden Fall kann ich's gerne machen. Gut. Ciao. Tschü! Justin holst du gerade mal den Johannes in den Discord, der sagt, dass er gerade im Leitstellenkanal drin ist. Ich bin viel zu früh. Gerne. Viel zu früh. Sommer war der. Ticker. Viel zu früh. So. So. Achso, Schatz, komm erst gegen Mittag, ne? So wie wir es besprochen haben. Gerade wegen deinem Bild. Ja, um wie viel Uhr gegen Mittag? Zwölf, 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 dreizehn Uhr. Weil ich werde morgen früh noch einen Großeinkauf machen müssen. Ich kann vorher nicht anders. Und ich muss dann noch hocken, der rüber. Ich kann hier nicht den... Alles klar bei dir? Klappt es? Ja. Gut, dann wunderschönen guten Abend. Äh, nur... Nur das Problem... Oh, ein Sechster. Was denn? Ich kriege mal ein Twitch-Chat irgendwie nicht. Da muss man die Kodis, äh, Datenschutz noch akzeptieren. Ich kriege es aber nicht runtergescrollt. Äh, du kannst es, äh... Du kannst es aus dem Ding rausholen. Aus dem... Aus dem OBS-Studio. Kannst du den rausziehen, den Chat. Dann ziehst du das Bild groß und dann kannst scrollen. Ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. Bis morgen, Schatz. Und noch viel Spaß euch noch beim Fahren. Äh, danke für den Tipp. Kein Problem. Immer wieder gern. Alles Schatz, ich weiß Bescheid, ne? Schön, schlaf gut. So, wir düsen mal weiter. Hat noch jemand. Hey, Freunde. Also, all die, wo jetzt da sind, erstmal einen wunderschönen Abend. Guten Abend. Schön, dass so viele mitmachen. Gefällt mir. Ich höre dich über Discord, aber nicht im... ...Laststellenfunk. Was ist das denn? Ja, ich habe das extra anders belegt. Ach so. Deswegen. Ich dachte, hä? Genau. Wart mal ganz kurz. Jups. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Einen normalen Fahrschein, bitte. Danke. Einen Fahrschein, bitte. Dankeschön. Ich brauche eine Kurzrecke, bitte. Dankeschön. 102, ein Leitsteller. Eine Meldung für alle. Schönen guten Abend. Und schön, dass so viele heute Abend da mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle mitbekommen haben. So. Oh ja. Das war aber knapp hier mit dem Stopp-Sheld. Oh ja. Guten Abend. Ich brauche eine Kurzrecke, bitte. Ja, oder? Bitteschön. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag fehlt. Aber gerne doch. haben die das alle gehört ein fettes Dankeschön an uns sie ist blitzer kannst du mich mal hallo Abend eine Kurzsprecke auch noch eine Tageskarte bitte danke so 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 1002 leitstelle neue tour ja ich guck mal eben wo ich dich noch draufsetzen kann was du hast die tour drinne ach hast schon dankeschön ja klar man ist der flott oder nein unter zwei ich habe keine tour erhalten bei mir hast du eine warte mal ähm wo stehst denn du aktuell äh würzburger straße würzburger straße hast du eventuell noch rektur ich muss grad mal gucken er hat zehn minuten pause können dazwischen sein das macht nix 22 uhr in der nächsten folge wiedersehen bis dahin habt noch einen schönen tag bis zum nächsten mal euer barthalo ciao